Wir sind schon hier am Spann, Maikäfer, auch ein Maikäfer kann man mal ins Wasser fallen. Dann zu vier zwischen den Birkenstämmen und der Buche. Und jetzt zu fünf, jetzt kommen diese Pylonen, dieser Slalom. Dann kommt sie auf die linke Hand, dort oben an diesen beiden Händlern, die ist oben rüber. Und jetzt kommt die Schleimdeckpilch, das ist ein bisschen grüffelig mit dem weißen Tuch. Sie darf einen amerikanischen Becher zu sich nehmen, McDonalds grüßen. Da ist die Augen auf der anderen Seite abständig, ne? Oh! Toll! Und rechts ins Ziel! Super! Der Maikäfer war schnell unterwegs. Super! Vielen Dank.